So Freunde, wir sind wieder hier am Start mit TKGG parat. Mit TKKKKKKKK2DG. Ach, was ist das jetzt hier wieder? Was ist das jetzt hier wieder? Oh Mann, ey. Gott. Okay, Momentchen. So, schon läuft die Scheiße wieder. Also, tschak, tschak, rein da. Hab ich gesagt, wir müssen nicht weitermachen, endlich. Es geht endlich weiter, ja, nach... Mal wieder, Scheiß, Konk, und so. Ähm, gut. Rein ins Getümmel. Wo waren wir noch nicht? Was haben wir noch? Wir haben neue Sachen getriggert, neue Inhalte sind freigeschaltet, neue Begebenheiten, neue Konstellationen. Aber Karl... Ich bin echt gespannt, was sich in Snappyland abspielt. Karl bleibt immer der Alte. Nicht auszudenken, wenn der Vergnügungspark Schauplatz eines Mordes werden sollte. Hoffentlich können wir den Schwein die Tour vermasseln. Genau, und alles nur wegen den Raubkopieren. Alles nur wegen Menschen wie dir, Karl. Ja, so ist das halt einfach. Ich muss gerade mal eben abchecken, wo wir hin müssen. Ich bin nämlich nicht mehr so sicher. Ähm... Wollen wir mal, Karl hat jetzt diese Sicherheitsfreigabe und kommt jetzt überall rein. Dann haben wir in der... Ne, die Drachenhöhle ist aber gesperrt. Da haben sie aber offenbar irgendwie... Meine Vermutung ist da den Enten, den Gänsemann reingeschleppelt. Aber Karl kommt mit seiner Spracheingabengeschichte eigentlich jetzt überall rein. Genau, beim letzten Mal haben wir die da belauscht. Und sie haben gesagt, okay... Und sie wollten jetzt raus. Und zwar waren das, äh, Vin Diesel und, äh... Ah, wir kommen trotzdem rein. Ja, geil. Äh, Vin Diesel und sein Kumpane... Wollten hier den, äh... Die Sache zu Ende bringen. Ja. Schnuffelchen an Snapcom. Legitimation 007242. Tür öffnen. Stimmt, das war ja Schnuffelchen. Oh Mann, diese dumme... Diese dumme Sprachkontrolle, äh, so ein Quatsch. Na gut. Ja, dann rein. Okay. Gruselige... Warum sollte er hier sein? Ich möchte mal wissen, wo Burkhardt ihn hingebracht hat. Glaubst du ja den eingeeist? Wenn man recht hat, sollte ich beim Türschließen Vorsicht walten lassen. Ja, nicht, dass du dich einsperrst hier, kleiner... In der Kälte. Gut. Hier ist auf jeden Fall alles da. Von, äh, Bang Bang Snabby. Also von... Äh, unserem guten, äh, Wind Diesel. Und sonst können wir hier nothing... We can nothing do. No, we just go out. Kannst du... Schnuffelchen an Snapcom. Legitimation 007242. Tür schließen. So ein umständlicher Scheiß. Äh, kannst du nicht einfach zuziehen? So. Ich meine nur, kannst du nicht einfach nehmen am Griff? Äh, wenn die Türe keine Griffe hätten, würde ich ja nichts sagen. Aber, äh, kannst du sie nicht einfach ranziehen? So, wo ist noch eine Möglichkeit, jetzt hier wohin zu gehen? Alles ist zu, ne? Wir haben schon gesagt, es gibt kein... Äh, keine Möglichkeit mehr noch irgendwo reinzugehen. Außer jetzt in die ganzen Geheimräume. Wieso müssen wir eigentlich noch nicht draußen sein? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Keine... Besser, wir lassen Herrn Warnseeler in Ruhe. Sicher soll der nicht wissen, was abgeht bei ihm in seinem Park. Ich meine nur... Ich meine ja nur, Karl, ne? Ähm, komisch, dass wir hier noch rumlaufen dürfen, oder? Also, finde ich ein bisschen... Finde ich ein bisschen komisch. Offenbar ist ja alles zu, und, äh... Der Park leert sich so langsam, aber unsere vier... Ah, hier ist noch reges Treiben. Naja, so ein bisschen... Ein bisschen Treiben ist hier. Und diese Schulrenzen-Rucksäcke, sie werden immer noch nicht abgeholt. Nein, danke, kein Bedarf. Er hat keinen Bedarf. Warum sagst du das denn so... Ja, so herablassend? Ich fürchte, Pepe ist schon im Feierabendfieber. Wirklich? Hat er es wohl einig. Dabei wollte ich ihm noch sein Stethoskop zurückgeben. Stimmt, wir haben immer noch das Stethoskop. Ein Feierabendfieber, weil er Arzneibengel ist, oder was? Guck mal, wir haben Gabi ist immer noch im Kostüm. Das heißt, das brauchen wir noch für irgendwas. Die Frage ist halt, wofür? Wir checken mal alle Stationen. Genau, da wird sich jetzt der Feierabend gemacht und umgezogen. Ah ja, der Lastwagen, genau, der Lastwagen. Da war ja was. Riskiere? Der ist ja offen. Mach auf. Oh mein Gott, sie haben einen Lastwagen. Hast du sonst Computerspiel? Man könnte glatt meinen, die Exemplare seien originalverpackt. Was für eine Unverfrorenheit. Hey, was machst du da? Ach du Schreck. Den Transport abzuwickeln ist meine Aufgabe. Weißt du eigentlich, wie albern du in diesem Kostüm aussiehst? Komm, zieh es aus. Ah ah. Ja, sicher. Ich guck dir schon nichts ab. Ah, Männer. Also gut, dann komm nach, damit wir komplett sind. Und häng das Kostüm ja ordentlich auf. Wow. Wow. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass was... Oh, ich dachte schon, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Mit einem hat diese Dagmar recht. Ich muss raus aus dem Kostüm. Das ist doch das erste Mal, dass jemand irgendwo aus dem Bild läuft, oder? Das haben wir in keinem Spiel, haben wir das jemals vorher gesehen bei TKG. Ja, okay, dann... Ich will einfach nicht von der Pelle. Och, Gabi. Jetzt aber. Du hast doch damit auch sonst kein Problem. Ach, ich fühl mich wie neu geboren. Hat uns zumindest Tartan gesagt. Ich will die Jungs. Wir müssen gemeinsam handeln. Hier in Snappieland. Okay. Wir müssen gemeinsam handeln. Hier in Snappieland. Okay. Ähm. Wo kann jetzt denn Carl noch... Ob wir mal drinnen nachsehen? Und falls wir auf die Bande stoßen? Lass uns lieber die Polizei holen. Mein Papi kann das doch übernehmen. Dein Papi? Dein Papi? Gabi, wach auf. Wir stehen unter Druck. Es geht um ein Menschenleben. Hey, Carl, das ist keine Art. Lass mal, Tim. Carl hat recht. Also, was stehen wir noch untätig herum? Ja, nein, ihr solltet vielleicht gerade, weil es so Menschenleben läuft, die Polizei mitnehmen. Ey, und was ist jetzt... Der LKW steht noch da. Ja, und es gibt noch mehr Ware. Dann ist zumindest für Lemmingson das Spiel noch nicht verloren. Ja, aber was ist mit Gunther, dem Gänsemann? Okay. Jungs, ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, dass der LKW Raubkopien geladen hat. Ja. Okay, gut, das bringt nichts mehr. Dann können wir hier jetzt noch rein, irgendwie. Sieh mal einer an, von wegen wir schließen. Ah, das ist noch offen. Hier müssen sie irgendwo sein. Wieso denn hier? Ich sehe nur Technik, keine Raubkopien. Was? Sag das nochmal. Ich sehe nur Technik. Ja, da bin ich doch reingekommen. Hä? Da bin ich doch reingekommen. Ich möchte eigentlich wieder rausgehen und noch andere Orte abchecken möchte ich. Ich möchte... Klösschen? Entschuldigung. Wer sagt uns eigentlich, dass alles bloß Dekoration ist? Hä, nee, ich würde gerne noch... Ich würde gerne vielleicht noch in die Geisterbahn oder sowas. Vielleicht geht das noch. Oh, ich will das abbrechen. Oh nein. Wie war das bloß noch gleich? Ich konnte es doch schon. Auf jeden Fall erst der Name, dann die Nummer, dann der Befehl. Okay. Ja, der Name ist mir klar. Grandmaster.com an Snapcom. Nein. Schnuffelchen an Snapcom. Ja, das klingt gut, ja. Nickelbrille an... Auch gut. Ficus an Snapcom. Ficus, ja. Memoryman an Snap... Schnuffelchen an Snapcom. Eingabe unvollständig. Legitimation erforderlich. Legitimation... 0... 07... 242. Ich habe keine Ahnung mehr. Ah, war richtig. Legitimationszyklus abgeschlossen. Wow. Oh mein Gott. Sie sind online. Oh mein Gott. Aufmachen bitte. Tür pulverisieren. Tür, Tür öffnen. Öffne die Tür. Mach die Tür auf. Warte mal. Aber wenn ich jetzt verkacke, kriege ich dann... Mach die Tür auf. Befehl nicht erkannt. Aufmachen bitte. Tür pulverisieren. Befehl nicht erkannt. Tür aufmachen bitte. Befehl nicht erkannt. Ja, schade. Tür öffnen. Es geht wohl nur so. Das verstehe ich nicht, Oliver. Ich habe dich doch extra zu Burkhard geschickt. Na, das wüsste ich aber. Warum müssen wir dich reinlassen? Ich selber habe dir den Code gegeben. Da hast du noch dein Kostüm getragen. Sag mal, spinnt ihr jetzt beide? Moment, wer immer in dem Kostüm war? Die Kinder. Schnappen wir sie uns. Warte. Meine Anerkennung, Kinder. Ihr seid uns also auf die Schliche gekommen. Was machen wir denn da mit euch? Och, seht nur, wie blass sie werden. Von wegen. Los, Karl, sperr sie ein. Schnuffelchen an Snapcom. Legitimation 007242. Raum versiegeln. Karl, du hast uns eingesperrt. Wir kommen selber nicht mehr raus. Jetzt kann dieses Trio den Spieß umdrehen. Wieso das denn? Wieso geht... Tragischer Unfall in Snappieland. Vermisste Kids für Computervirus verantwortlich? Wow. Oh, weh. Nicht nur, dass TKKG spurlos verschwunden sind. Ihnen wird auch noch der Tod des Privatdetektivs in die Schuhe geschoben. So könnte es kommen. Ein Albtraum. Willst du es mit den Übeltätern noch einmal aufnehmen? Oh, lieber nicht. Das ist ja der Hammer. Das ist ja total geil. Ja, komm. Wir versuchen es nochmal. Das ist ja der Hammer.